Erst dachten sie, die Schüsse wären Teil eines Feuerwerks. Doch dann fingen die Zuschauer des Open-Air-Konzerts in Las Vegas plötzlich eine Nacht dem anderen an umzufallen. Es war wie eine Horrorshow, sagt Konzertbesucherin Iveta Saldanha dem Las Vegas Review Journal. Die Leute standen herum, und plötzlich fielen sie zu Boden. Panik brach aus unter den Konzertbesuchern, alle rannten, um Deckung zu suchen vor dem schweren Gewehrfeuer, das aus einem der umliegenden Hotelhochhäusern zu kommen schien. Auf einem Videomitschnitt des Konzerts sieht man den Auftritt eines der letzten vorgesehenen Sänger des dreitägigen Country-Festivals. Jason Aldin spielt eine rockigen Nummer, als man plötzlich Gewehrsalven hört, die aus einer automatischen Waffe zu kommen scheinen. Einen Moment noch spielt die Band weiter, doch dann verstummt die Musik, und man sieht, wie die Musiker von der Bühne fliehen. Auf dem Boden, ruft jemand. Unten bleiben, ein anderer Punktbesucherin Saldanha suchte in der Kanalisation Schutz. Punkt Salve um Salve geht auf die Konzertbesucher nieder. Wir hatten das Gefühl, dass die Schissen nicht mehr aufhörten, erzählte später Besucherin Rachel Degg auf dem TV-Sender CNN. Es ging immer nur weiter und weiter. Die Polizei schätzt, dass etwa 22.000 Menschen dem Konzert zuhören, als die ersten Schüsse auf die Massen niedergehen. Um 22.08 Uhr, Ortszeit, laufen erste Berichte bei der Polizei ein über die Schüsse. Wenig später treffen die ersten Einsatzkräfte ein, und SWAT-Teams suchen nach dem Schützen, den sie dann in einem der oberen Stockwerke des Mandalay Bay Hotels ausmachen. Gleichzeitig versuchen Rettungskräfte, Schwerverletzte zu bergen und in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen. Und die Zahl der Toten steigt und steigt. Zunächst spricht die Polizei von 20 Toten und mehr als 100 Verletzten. In den Stunden danach werden es immer mehr. Wir sehen nun ein Ausmaß von über 59 Toten und mehr als 200 Verletzten in diesem Moment, sagt Sheriff Lombardo in den frühen Morgenstunden. Danach ist die Rede von über 500 inzwischen ist klar, es ist das größte Massaker mit Schusswaffen in der amerikanischen Geschichte. Unter den Verletzten sind auch zwei Polizisten, die in ihrer Freizeit das Konzert besucht hatten. Später meldet die Polizei, dass sich auch unter den Getöteten ein Polizist befindet, der nicht im Dienst war. Zu dem Zeitpunkt, als das ganze furchtbare Ausmaß des Massakers am Las Vegas Boulevard bekannt wird, haben die Sicherheitskräfte den mutmaßlichen Täter im 32. Stockwerk des Mandalay Bay Hotels schon ausfindig gemacht, und nach einer kurzen Belagerung sprengte die Polizei die Zimmertür auf, um den Täter zu stellen. Doch zu diesem Zeitpunkt war er bereits tot. Es handelt sich um einen 64-jährigen Weißen mit Namen Steven Paddock. Dann geht ein Fahndungsaufruf raus für die asiatisch-amerikanische Lebensgefährtin von Paddock, Marie-Lou Dunley und ihren roten Hyundai-Taskern. Wenig später gibt die Polizei schließlich Entwarnung, die Fahrerin und ihr Auto seien gefunden worden. Punkt Error-Loading-Player, No-Playable-Sources-Fan Das Video konnte nicht abgespielt werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Error-Loading-Player, No-Playable-Sources-Fan Als die ersten Meldungen aus Las Vegas mit hohen Zahlen von Getöteten eintreffen, kommt für kurze Zeit Terrorangst auf. Die letzten großen Massaker in San Bernardino, Kalifornien, und in Orlando, Florida, wurden von radikalisierten Muslimen begangen. Und dies ist nun das erste große Massaker in der Amtszeit von Donald Trump. Wie würde er reagieren, wenn es sich um einen terroristischen Anschlag handelt? Inzwischen hat die Dschihad-Esten-Miliz-Islamischer Staat, IS, die Bluttat für sich reklamiert. Der Angriff auf die Besucher eines Open-Air-Konzerts sei von einem Mann verübt worden, der vor einigen Monaten zum Islam konvertiert sei, erklärte das IS-Propaganda-Organ Amakku. Doch als die Identität des Attentäters bekannt wird, der in einer Rentnergemeinschaft im 130 Kilometer entfernten Meskid gelebt haben soll, wird deutlich, dass es offenbar keinen islamistischen Hintergrund gibt. Der Polizeichef spricht von einem einsamen Wolf. Das Massaker soll vorerst nicht als terroristischer Akt untersucht werden. Und die Medien berichten, dass auch die Bundesbehörden keinerlei Hinweise haben auf Verbindungen des Attentäters zu ausländischen Terroristen. Auf Twitter jedoch kritisieren die Ersten schon, warum solche Angriffen nur dann als Terrorismus bezeichnet werden, wenn es sich um dunkelhäutige Attentäter handelt. Tatsächlich hat Amerika auch ein Problem mit rechtsradikalem weißem Terrorismus. Aber auch für diese Variante des inländischen Terrorismus scheint ein Country-Festival, auf dem Musik gespielt wird, die vor allem bei weißen Amerikanern beliebt ist, kein logisches Ziel zu sein. Aber die Frage, die sich alle stellen, ist, was bringt einen Menschen im Rentenalter dazu, in einem Hotelzimmer ein Waffenlager einzurichten und hunderte von Schüssen auf Yuan?